Guten Tag. Hallo. Ja, ich bin ganz überrascht. Ich dachte, dass Restaurants jetzt eigentlich gerade alle geschlossen haben müssen. Ja, wir haben eine Ausnahmegenehmigung. Aha, und warum, wenn ich fragen darf? Wir kochen komplett Corona-keimfreie kulinarische Quarantäne-Köstlichkeiten. Interessant. Was haben Sie denn da so im Angebot? Ja, es gibt einen klassischen Krabbencocktail mit krossenkoatischen Krebskarkassen, dazu kräftiges Knoblauchknollen-Konfit mit Kapern und Kreuzkümmel. Eine Kartoffel-Karottenquiche mit Kerbel-Koriander-Kräuterkruste, dazu kräftiges Krautkohl an Kürbis-Carpaccio und Kapuzinerkresse und ein knusprig-crunchigen Kältskuchen-Cookie auf Kaki-Kirsch-Kompott mit köstlichem Kokos-Cashew-Kern-Kakao-Konfekt und kühlerquitten Quarkcreme. Ja, ich nehme ein kleines Leitungswasser zum Mitnehmen, bitte. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020